Und bei mir im Studio begrüße ich dazu jetzt Thomas Lohninger vom Verein Epicenter Works. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Die EU-Kommission will also mehr Informationen darüber, wie die Social-Media-Plattformen gegen Hassnachrichten und Fake-News vorgehen. Was genau will die EU da wissen? Also das Ziel ist auf jeden Fall ein Heeres und dieser Fragebogen ist in gewissen Dingen auch verständlich. Wir haben jetzt gerade natürlich eine außerordentliche Situation mit dem Krieg im Nahen Osten. Gleichzeitig muss man verstehen, dass hier die Kommission nicht nur ein politisches Gremium ist, sondern auch die Behörde, die den DSE umsetzen muss gegenüber den ganz großen Firmen wie Meta und wie X. Das heißt, die müssen sich hier vor allem ans Gesetz halten und dürfen eigentlich nicht politisch agieren. Das hat Digitalkommissar Breton aber hier leider getan. Diese Anfrage betrifft ja mehrere Unternehmen. Wenn wir darauf nochmal zurückkommen, kann man denn nach dem, was man von außen beobachten kann, sagen, wie das bisher funktioniert und ob es bei den einen Unternehmen besser funktioniert als bei den anderen? Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es bei X, vormals Twitter, sehr schlecht funktioniert, weil Elon Musk hat ja auch in großer Öffentlichkeit all die Leute rausgeschmissen, die sich davor um die Inhaltsmoderation gekümmert haben. Diese Plattform verkümmert auch gerade ein bisschen. Bei den anderen sieht man ein sehr unterschiedliches Bild. Da gibt es teilweise schon auch eine Awareness, aber man braucht auf jeden Fall diesen Rechtsrahmen. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, ob die Plattform jetzt gerade investieren will in diese wichtigen Themen, sondern da muss es gesetzliche Rahmen geben. Wir haben ja auch einige Wahlen nächstes Jahr, da wird das umso wichtiger. Jetzt ist es ja so, dass die Plattformen selbst natürlich immer wieder beteuern, dass sie schon gegen Hasnachrichten und Fake News vorgehen, das auch jetzt verschärft haben seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Wie groß ist denn tatsächlich das eigene Interesse dieser Plattformen, da rigoros vorzugehen? Das Eigeninteresse ist ganz oft getrieben von dem, was Geld bringt. Und natürlich, die leben alle von Werbekunden. Und wenn man jetzt ein Umfeld hat, wo nur noch Hasnachrichten sind, und das ist zusehends bei x-Twitter der Fall, dann verschwinden auch die Werbekunden immer mehr. Wenn man es schafft, dass das ausgeglichen ist, dann ist es eher ein lukrativeres Umfeld, wo Werbetreibende dann auch ihr Geld hinstecken. Am Ende ist es Werbung und überwachungsgetriebene Werbung auf Basis von ganz viel Daten über uns, womit diese Firmen ihr Geld machen. Wenn die Unternehmen die Regeln der EU nicht erfüllen, dann droht in letzter Konsequenz ja auch die Abschaltung, also dass diese Plattformen innerhalb der EU einfach nicht mehr zugänglich sind. Wie zielführend kann denn das sein? Wie bewerten Sie das? Ich halte es für die Ultima Ratio. Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass sich Unternehmen an Gesetze halten und nicht, dass wir anfangen, jetzt Dienste zu sperren. Ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist. Das ist eher etwas, das wir aus China kennen, aus Russland kennen. Wir sollten uns in Europa schon irgendwie darum bemühen, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Und da ist halt auch die Kommission gefordert. Weil hier wird es natürlich lange Rechtsstreitigkeiten geben. Sie haben es vorhin angesprochen, wie groß die Strafen sind. Natürlich werden die vor Gericht beeinspucht. Deswegen muss man da sehr genau arbeiten. Und zum Beispiel, man darf nicht illegale Inhalte, wie zum Beispiel Hassrede, mit legalen, ungewollten Inhalten wie Falschinformationen vermischen. Falschinformationen ist nicht illegal. Und genau da müssen wir es sehr genau hinschauen. Da geht es ja auch um den offenen Brief, den Ihr Verein an den EU-Kommissar geschrieben hat, weil Sie da eben Probleme sehen im Vorgehen. Jetzt, was kreiden Sie denn da sonst noch an? Also wo sehen Sie generell Probleme im Vorgehen des EU-Kommissars im Moment? Also wenn man ein Gesetz umsetzen muss gegenüber globalen Multimilliarden-Konzernen, dann könnte man daran denken, dass man da mit großer Vorsicht und vielleicht auch leise in der Vorbereitung agieren sollte. Und dann auf der Plattform von Elon Musk öffentlich einen Brief zu posten mit Forderungen, die teilweise halt auch vom Gesetz nicht gedeckt sind. Diese 24-Stunden-Frist zum Beispiel hat Pierre Beton erfunden. Die gibt es im Gesetz so nicht. Das macht ihn angreifbar. Und da hätte ich mir mehr Sorgfaltspflicht und ein bisschen mehr Diplomatie gewünschen von der Kommission auch, weil die ist, wie gesagt, hier nicht nur politisch aktiv, sondern die muss auch wirklich das Gesetz einhalten. Es gäbe dazu noch viele Dinge zu besprechen. Die Zeit ist leider am Ende. Herr Lohninger, vielen Dank für das Gespräch und für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank.